Direkt hinter dem Strand, eingekuschelt in eine große Dünenlandschaft, findet man kleine, große, gemütliche, rustikale oder moderne Häuser aus Holz oder Backstein für jeden Geschmack. Viele der Ferienhäuser sind mit Reet gedeckt und fügen sich so perfekt in die Landschaft ein. Ein idealer Platz, um die Seele baumeln zu lassen. Auf einem großen Grundstück und mit viel Raum zum nächsten Nachbarn. Bei uns sind Sie garantiert an der richtigen Adresse. Untertitelung des ZDF, 2020